Woce di Donna Odangelo, die Arie der Checa aus Pongelis La Gioconda, präsentiert ihn jetzt Annika Schlicht am Klavier begleitet von Donald Vanekles. La Checa, die Blinde, die Mutter der Hauptfigur, Joconda, bedankt sich in dieser Arie, die fast ein Gebet, eine pregierer ist, bei ihrer unbekannten Helferin Laura, die sie gerettet hat, dass sie nicht auf dem Scheiterhaufen landet und als Hexe verbrannt wird. Und so gibt sie ihr am Ende diesen Rosenkranz, der für Laura das Symbol war, dass La Checa, die Blinde, keine wirkliche Hexe ist. Ein etwas merkwürdiger Plot, aber man merkt hier, Pongeli komponiert wirklich ein zu Herzen gehendes Gebet, ganz innig, ganz einfach begleitet. Ein wunderbares Zeichen für diese späte italienische Oper auf dem Weg in den Verismo Ende des 19. Jahrhunderts. Die Arie der Checa aus Pongelis La Gioconda mit Annika Schlicht und Donald Vanekles. Die Arie der Checa aus Pongelis La Gioconda mit Annika Schlicht und Donald Vanekles. Die Arie der Checa aus Pongelis La Gioconda mit Annika Schlicht und Donald Vanekles. Die Arie der Checa aus Pongelis La Gioconda mit Annika Schlicht und Donald Vanekles. A te questo rosario, che ne pregheri autunna, e a te lo porgo accettalo, ti porterò fortuna. Sulla tua testa vigili, la mia benedizione. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili. La mia benedizione. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili. Sulla tua testa vigili. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili. Sulla tua testa, sulla tua testa vigili.